Hey, Internet und YouTube. Zurück bei Etio Massenmörder Auditore. Richtig, das ist eine Leiche. Ich muss zum Rufzeichen, richtig? It's always the Rufzeichen. Wo ist denn mein... am Arsch? Okay. Da gibt es eine Schnellreise, das war... Das hier und hier ist... Ich verstehe. Ich verstehe, was du mir sagen willst. Scusi! Ich musste es tun. Er wollte es doch nicht. Er wollte es doch nicht. Tut es nicht, tut es nicht. Okay, du... Boah, wie immer deine... Falscher Knopf. So, du... du hinter mir, du hinter mir. Huch! 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 Oh, elegant! Oh! Elegant, das! Du gehst! Du gehst! Kein Respekt vor den Trinken! Ich hab' ab. Sonst stirbt noch jemand. Ja, er berraubt die Toten. Ja, er berraubt die Toten. Und... Wir haben hier noch eh nichts mehr davon. Ich weiß nicht, was hier so schlimm... ... sein soll. Ups! Ja! Mach das nicht nochmal! Wo muss ich hin? Überhaupt! Ah, ah, ah! Unter schlopft! Hallo! Hallo! Weiche? Ah, ne! Bomben! I don't care! I don't care! Ich muss jetzt zu Sophie, ne? Sophia! Gorgonzola! Gorgonz... Sophia! Excuse me! Wo ist der Ausgang? Da wo ich herkomme? Okay! Nein, das ist der Tunnel! Lass mich zurück! Ich brauche den normalen Ausgang, bitte! Immer wieder eine Ehre, Mentor! Ah! Ich, äh... What? Ach Gott! Hier seid ihr, Deppen! Ah, doch geradeaus, oder? Geradeaus raus! Ja, eben! Ich wusste es! Ich wusste ja schon von Anfang an! Aber ich habe es so getan, das würde ich jetzt nicht wissen, damit er... Pfff! Fällt mir jetzt nicht ein, aber ich gab ihn da einen geheimen Grund! Den darf ich euch nicht verraten, sonst müsste ich euch umbringen! So geheim ist er! Jetzt würde ein Assassine bei euch anklopfen! Ah, ah! Hier will ich nicht! Wo? What? 60.000, oder? Ah, ne! 27.000, das habe ich gerade nicht! Es tut mir sehr leid! Sehr, sehr leid! Ezio ist hier! Ich muss mal diese scheiß Markierung hier wegkriegen! Was bedeutet das Gelbe hier eigentlich? Achso, hier wird gerade... Ist mir Wurst! Tch! Könnte mir... Ein Arzt bräuchte ich sowieso! Und ein Assassinen bräuchte ich auch! Skusi! Du! Leg nicht zu voll rum! Bitte, bitte helft mir Findet den Mann, der mir das antat Ihr müsst zu einem Heiler Nein, keine Zeit Der Mann, der mir das antat, sucht nach meinem Weib und meiner Tochter Wenn er sie findet, Gott weiß, was er tun wird Wenn ihr ein gerechter Mann seid, Akadashim Bitte, lasst dieses Monster nicht meine Familie zerstören Ich bin nicht gerecht Ich kümmere mich darum Ich versuch's zumindest, mein Freund, ich versuch's Lasset mich Flott jemanden töten Achtet auf herabfallende Steine in der Nähe von irdwieden geschädigten Gebäude Hopp Uuuuh Schst Ziel ist eliminiert Zusätzliche, optionale Ziele werden eliminiert Ich bin wirklich unschuldig Ich bin wirklich unschuldig Bleib doch hier Wer kennt's denn hier? Was machen die hier? Die schärfen sich gegenseitig, oder? Oh 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 Du, was wolltest du von mir? Ich hab dich leider nicht So ne Scheiße Verstanden, was du Was, 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 ich, was Er trefft mich Ich glaub, ich bin So Das goldene Ziele ist schon lokalisiert Ja, wenn du gegen die Wand läufst Dann wird nix werden Gott wird sie denken Du bist zu blöd Um zu beschützt zu werden Genauso wie ich Mein Gott, wir müssen dir helfen Ich rempel sie an Susi Gott, beschütze mich Ah, also Jetzt wird alles wieder gut Dass ich der Frau geholfen habe Das habt ihr nicht gesehen, oder? Nee Das war ja wieder Zurück zu Dem Baum Nee Ups Lasst euch nicht von den bösartigen Gerüchten Die Gönle Diese Assassinen sind total Das ist komplett falsch, ich Idiot Hierauf, pass auf Seht, was jetzt passiert Deine kleine Bergziege Gebiet nicht verfügbar Was? Nein, 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 nein Was ist los? Erzähl, was ist los? Oh, shit, what a... God Habt ihr gesehen, was jetzt passiert ist? Ja Gebiet nicht verfügbar Oh, mich verarschen So Dann halt so Es ist vollbracht Wie fühlt ihr euch? Meine Wunden werden heilen Und mein Herz ist froh Dass meine Familie in Sicherheit ist Was schulde ich euch? Schließt euch uns an Wenn es euch besser geht Wir können einen Mann mit Ehre gebrauchen Er wird Das werde ich Ganz sicher Mach ihn ja mit der Heilung Ha, 100% Ich hatte auch keine Zusatzaufgabe Gott sei Dank Ist beigetreten Wunderbar 5000 im Bank des Ohr Wunderbar Heilungsdienste Kommt und gesund Tja, du Plagt euch etwas, Freund Ah, wo drückt es denn, Freund? Der ganzen Körper, mein Freund Kann ich brauchen? Gib mir ein Medizinding Auch wenn ich das Dankeschön Schnell wirken Das Gift I don't know But attack it Not Attack it not Komm, da hinten kannst du mich am Arsch Oh mein Gott Wo liegt denn das Problem? Ich wollte nicht mit dir sprechen Ich wollte plündern Und kommt wieder, wenn ihr mich braucht Halt, dreckiger Heide Du verdirbst deine Seele 1426 Redest du mit mir? Redest du? Hey, hey, du Welchen Bürger helfen? Was? Welchen Bürger? Tier? Du Idiot Was war mit dem Heiden? Steh auf Ich verstehe dieses Muss ich hier rauf jetzt? Oh Gott Ich geh halt rauf Elegant Elegant Wunderbar Ich drücke doch Noch Noch What the goldene Ach Ich wollte mir noch einen Überblick verschaffen Achso Das war gar nicht Okay Ja, ich habe jetzt aber keine Zeit mehr Ich muss hier dringend rauf Ich glaube nicht Aber Ich glaube nicht Da will take a look Das ist ja schön Dass hier das bereit liegt Bäh Der nächste Book Das passt überall Blinke, blinke Wir sehen uns im nächsten Part wieder Danke fürs Zusehen Macht's gut Tschüss